Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Was tut? Ellie, lass uns! Nalos! Nalos! Das ist sie, die haben sie! Komm mit drin, ihr tut! Oh fuck! Dina, beeilung! Tja, ich bin! der gute alte kohl automat weiter wie tief wir unter die stadt kommen sporen voraus masken okay elli du brauchst keine baske wir müssen weiter ich hoffe da geht es durch ich dachte sie hätten uns ich weiß ich wollte doch nicht in die ecke ich habe gedacht wir kommen hier nicht lang ich weiß da liegt bestimmt der superheld karte computer ließ dann die tüter ein witz vor was macht ein zombie in der uni studenten futtern überpass ich ich würde dieses ding zu hören Oh nein, ich habe noch mal. Oh nein, ich habe noch mal. Oh nein, ich habe noch mal. Oh, fuck. Dort rechts. Fast ein Clicker. Forts. Arrrgh. Halt rechts. Oh! Ah, 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 ah. Oh, fuck. Ah, 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 ah. Hey, rechte Seite! Ehrlich jetzt? Glückwunsch moin! Wirklich? Hauptsache, da hampeln drei Leute rum. Gehe! 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 Zoe! Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Oh, komm! Oh, komm! Was ist das? 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 Ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gege mir das? Ich bitte zuerst. Ich frage mich, wer all die Wandbilder gemalt hat und die Wolves ausgeweitet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Also das hier ist schon topnotch von der Aufmachung her, sage ich euch. Also gerade auch, dass man so die Sporen sieht und alle, das ist schon... Das ist schon nicht schlecht, du. Hier unten ist eine Öffnung. Ich glaube, da wird gerade jemand gesnackt. Ellie ist immun, ja. Aber Dina weiß noch nicht, dass sie immun ist dagegen. Also sie hat es versucht, ihr zu erzählen. Dina hat das ein bisschen belächelt und hat gedacht, dass Ellie sie verarscht. Und sie trägt halt die Maske, weil es sonst niemand weiß. Außer Joel und, ich glaube, Tommy. Wenn es Tommy weiß, weiß es glaube ich auch Maria, also die Frau von Tommy. Mehr Leute wissen das nicht. 覺auer likelihood ist. Und sie verarschend. Und sie verarschend sind die Ukraine, also die J complete und verarschend. Und siezę sie halt. Sollen wir jetzt uns das noch angucken, oder? Oh. Wir kriegen eine neue Art von Mietern. Zombies sind es ja eigentlich nicht, oder? Geht das noch unter Rubrik Zombies? Oh, jetzt kann man... Hatten wir schon einen Bloater? Nee, oder? Ähm... Hm. 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 Okay, Chat, ihr wisst Bescheid. Mit einer Pfeile und ein bisschen rubbeln und ein bisschen sauber machen geht die Stabilität der Waffe hoch. Alles klar? Wiggy, 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 wiggy. Also für alle Männer da draußen, falls ihr eventuell immer ein bisschen Stabilität im Penis braucht, ihr braucht kein Viagra. Einfach nur ein bisschen pfeilen und dann geht's ab. Wie gehen wir vor? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Das sollte gehen. Nee! Oh. Okay. Oh, nee. Ach, nee. Nee, 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 nee. Nicht schon wieder. Nee, nee, nee. Wir klettern und schwingen. Wir klettern und schwingen, Chat. Ist, glaube ich, die bessere Idee. Es gibt so eine, äh, ey, Beedow, jetzt mal ohne Scheiße. Es gibt so eine komischen Chemie-Socken. Ich hab keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich sei Petersäure. Die machst du dir eine halbe Stunde um die Füße. Dann lässt du das, äh, vier Tage einwirken und dann geht deine Hornhaut weg. Ich sag dir eins, das ist ein richtiges Spektakel. Nix mehr mit Rubbeln. Du lachst, Beedow! Ich hab, meine Freundin hat mich letztens reingelegt und reingebated. Und ich hab das ausprobiert. Ich sollte ein Fußball nehmen, weil meine Füße so hässlich sind. Und ich hab dann natürlich gesagt, natürlich, klar, warum denn nicht? Vielleicht kriegst du noch eine Keimmassage mit Happy End oder so. Und dann auf einmal hatte ich so eine Chemie-Socken an den Füßen und ich sag dir eins, war ja, das ist, äh, du fühlst dich als hättest du Sonnenbrennen an den Füßen. Kein Witz. Da brauchst du gar nix rubbeln. Aber es sieht natürlich auch überall, ne? Vielleicht ist das kaputt. Verdammt. Überall in der Wohnung sieht so aus, als hättest du, äh, äh, wie heißt der Käse? Was machen wir denn? Äh, als hättest du, äh, wie heißt denn dieser Käse? Parmesan in der Wohnung. Eichelkäse, Sandwürfchen, du solltest dir auch nach dem Sex die, äh, die Flinte waschen, mein Freund. Vergiss das nicht. Hygiene ist wichtig, Macher. Wenn du stinkst wie ein kaukasischer Fuschkoder, da geht da nix so. Nur mal so ne Empfehlung, für später. Das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema, Sandwürfchen. Al, da, die Lüftung. Ach so, lol. Hab ich gar nicht gesehen. Gute Idee. Hier ist noch ein Ständer. Los, weg hier. Zell, Vorsicht. Scheiße. Ich hab dich, ich hab dich. Fuck, no, no. Oh shit, das ist ein Creeper-Chat. Oh, nein. Scheiße. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die sind neu. Ich bin jetzt lang. Ah, hier. Und die sehen. Fuck, da ist noch ein. Fuck, da, what the fuck? Uh oh. Okay. Twitch Prime is not a crime. Twitch Prime ist virtuell kostenlos kleiner als drei. An dem ich seh... Moinsen, Magga. Hat der Augen? Nee. Rechts von dir. Haben die Augen? Wir testen das mal kurz aus. Vorsicht! Wir testen das mal kurz, Ah! wir haben keine augen also die können nicht sehen das ist schon mal gut jetzt wissen wir ich gehe mal fast davon aus mit dem molotov cocktail ein paket ist heute habe ich heute geholt ich habe noch nicht aufgemacht aber ich habe hier glaube ich ich habe nicht glaube ich glaube ich glaube ich habe ich glaube ich habe schon ich sehe lud ich will ihn haben ja 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 ja